Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Es ist der letzte Montag im Monat und das heißt, es ist Zeit für das nächste Monats-Kit. Diesen Monat dreht sich alles um das Thema Geburtstag. Ich zeige euch jetzt, was in dem kleinen, was in dem großen Kit enthalten ist und was unsere Gastdesignerin sowie unser Design-Team daraus gebastelt haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Im kleinen Kit sind sechs Karten vom Papi-Color in dem Farbton Pulporot mit den dazu passenden Umschlägen enthalten. Dazu gibt es das 12x12-Inch große Paperpack Elements Pigment mit 36 Blatt. Als Stempel gibt es den Stempel Party Animal von Avery Elle und als Deko kommt einmal der Glitzerstickerbogen Happy Birthday und ein Washi-Tape der Elements Pigment Kollektion dazu. Das große Kit ist wie gewohnt auf die doppelte Menge Karten ausgelegt und enthält alle Materialien des kleinen Kits. Dazu kommen sechs Karten mit Umstegen in Butterblumen Gelb, der Stempelset Geburtstagsgrüße von Kreativdepot, dann eine Stanze von My Favorite Things mit dem Schriftzug Happy Birthday und als letztes kommt noch ein Set mit drei Embossing-Foldern dazu. Ich zeige euch nun, was unsere Gastdesignerin Nicole sowie unser Design-Team daraus gebastelt haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei! Wie gewohnt ist das Kit ab sofort im Shop erhältlich. Wenn ihr etwas damit bastelt, würde es mich freuen, wenn ihr es mir auf Facebook oder auf Instagram unter dem Hashtag Kreativbond schreiben würdet. Ich freue mich immer, eure Sachen zu sehen. Wir sehen uns Donnerstag wieder zu einem neuen Video. Bis dahin findet ihr uns natürlich bei Facebook und Instagram sowie in unserem Shop auf kreativbond.de. Bis dahin, tschüss!